Musik Singende Sandtünen. Felsen, die geheimnisvolle Spuren hinterlassen. Kreaturen, die im Dunkeln leuchten. Ein uralter unterirdischer See. Seltsame Dinge geschehen, wenn es heisser und heisser wird. Und die Temperaturen steigen weiter. Das ist Death Valley, das Tal des Todes. Hier befindet sich der tiefste Punkt der westlichen Hemisphäre. Und der trockenste Ort in den Vereinigten Staaten. Mit der höchsten Temperatur, die jemals auf diesem Kontinent gemessen wurde. 56,7 Grad Celsius. Musik Eine Mondlandschaft, in der sich einige der grössten Geheimnisse der Erde verbergen. Sandtünen, die weithin hörbar brummen. Ein riesiger unterirdischer See, in dem sich seltenste Fische tummeln. Musik Pflanzen, die jahrelang ohne Regen überleben. Tiere, die ohne Wasser auskommen. Kreaturen, die diesen lebensfeindlichen Bedingungen seit mehr als 350 Millionen Jahren trotzen. Die Bewohner dieser Wüstenlandschaft sind wahre Überlebenskünstler. Musik Wie würde das Leben mit noch extremeren Bedingungen zurechtkommen? Musik Musik Der Teleskop-Peak, das Dach des Death Valley, ragt mehr als 3300 Meter aus dem Wüstenboden. Jeden Morgen lassen die ersten Sonnenstrahlen diesen Berg im schönsten Licht erscheinen. Am Gipfel liegt etwa acht Monate im Jahr Schnee. Musik Das Death Valley liegt im Grenzgebiet der Bundesstaaten Nevada und Kalifornien. Es erstreckt sich über mehr als 12.000 Quadratkilometer. Damit ist es etwa so gross wie Oberösterreich. Musik Hier liegen bis zu 350 Kilogramm schwere Felsbrocken. Deutlich sichtbare Spuren beweisen, dass sie irgendwie über die Racetrack-Plyer bewegt wurden. Doch wie? Darüber gibt es viele Theorien. Musik Es heisst, dass es Ausserirdische sind, die sich hier treffen und mit ihren aussergewöhnlichen Fähigkeiten diese Felsbrocken verschieben. Musik Noch nie ist es einem Menschen gelungen, die Felsen bei ihrer Wanderung zu beobachten. Manche Wissenschaftler glauben, dass die Felsbrocken von orkanartigen Stürmen über eine gefrorene Oberfläche getrieben werden. Musik Doch was passiert, wenn die Temperaturen im Death Valley weiter ansteigen? Sollte gefrorener Schlammboden tatsächlich die Ursache dafür sein, dass diese Felsen wandern, so wird dieses Phänomen nicht mehr lange zu beobachten sein. Musik Weniger Eis könnte bedeuten, dass die Felsen nicht mehr bewegt werden können. Ihre Spuren wären dann stumme Zeugen des Klimawandels. Musik Death Valley zählt nicht nur zu den heissesten, sondern auch zu den trockensten Orten der Erde. Musik Regen ist in dieser Wüstenlandschaft ein seltenes Ereignis. Musik Die Eureka Dunes zählen zu den spektakulärsten Landschaften des Death Valley. Es gibt mehrere Dünenfelder im Tal des Todes. Aber die majestätischen Sandberge der Eureka Dunes zählen zu den ökologisch bedeutsamsten und wissenschaftlich interessantesten des Nationalparks. Musik Diese Dünen gleichen einem Tabernakel, dem Land Gottes. Hier spricht die Erde zu dir. Musik Und das scheint sie tatsächlich zu tun. Musik Dieses tiefe Brummen erzeugen die Dünen selbst. Musik Doch wie die Sandberge diese seltsamen Töne erzeugen, darüber streiten Wissenschaftler seit Jahren. Musik Das ist der heisseste Ort in den USA. Musik 1913 wurde hier eine Rekordtemperatur von 56,7 Grad Celsius gemessen. Bis zu 54 Grad habe ich selbst erlebt. Musik Dennoch ist diese Ebene alles andere als trocken. Musik Aus einem riesigen unterirdischen Reservoir sickert Wasser an die Oberfläche. Doch es ist ungeniessbar. Musik Es ist dermassen mit Salz angereichert, dass man es nicht trinken kann. Musik Dieses Wasser ist doppelt so salzig wie das der Ozeane. Musik Doch egal, wie heiss es hier wird, die Quellen trocknen nie aus. Musik Im Tal des Todes verdunstet fast 50 Mal mehr Wasser als Regenfeld. Musik J.T. hat den tiefsten Punkt im Death Valley erreicht. Doch er muss noch tiefer vordringen, wenn er das unterirdische Wasserreservoir finden will. Musik Sein nächstes Ziel liegt etwa 100 Kilometer östlich von Bad Water. Musik In einem felsigen Gelände liegt der Einstieg in ein riesiges Höhlensystem. Musik Felsblöcke, die über die Racetrack-Plyer wandern. Musik Musik Singende Dünen Musik Eine Vegetation, die nur alle paar Jahre ihre Pracht entfaltet. Die letzte Zufluchtstätte eines seltenen Wüstenfisches. Musik Und immer war die Sonne als Begleiter Segen und Flucht zugleich. Musik Und vielleicht können wir gerade vom Tal des Todes noch viel über das Leben lernen. Musik